Yo Leute, kein Doppelpiece zu dem Thema, weil das geht mir mega auf den Sack. Ich muss mich hier zum Thema äußern und zwar geht es um McDonalds. Viele von euch wissen das ja, wie man hier leider gerade nicht im Hintergrund erkennen kann. Hinter dem Stuhl befinden sich ungefähr 10, 11 Gläser, Aktionsgläser für McDonalds. Ich bin ein so gesehener McDonalds-Stammkunde, kann man einfach nicht anders sagen, es ist einfach so. Meine Live-Speise dort ist der McRib, im ganzen Umfang das McRib-Menü, richtig geil, einfach schön reingehen, ein McRib-Menü, okay, kein Problem, Rückgeld, dann kriegt man den scheiß Saddle, muss man 53 Minuten warten auf sein, Fast Food, dann kriegt man das, dann setzt man sich irgendwo hin, man sieht diesen McRib, man macht die Verpackung auf, macht die Pommes neben dem McRib rein, damit das schön alles harmonisch zueinander passt. Grüße gehen raus an Wallace, nur von dem habe ich das, ich tue so, als ob ich es schon immer so mache, dabei habe ich es nur von dir, Anton, ich liebe dich, oh mein Gott, ey, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nackt, Alter, ganz ehrlich. Ja, dann fängt man an, man fängt so langsam an, sich vorzutasten, man will natürlich das Beste nicht gleich zum Anfang haben, man frisst so ein, zwei Pommes, trinkt mal so ein bisschen Cola-Cola, so schnell geht es ja nicht leer, weil wir uns ja bekanntlich alle nicht die kleine Variante holen, sondern schön die 0,5er-Cola, ja, schön 0,5er-Cola zusammengemischt mit Leitungswasser und diesem Konzentrat, ja, richtige Cola, labern hier voll, ja. Dann fängt man halt irgendwann an, wenn man halt mit einem Kumpel oder so unterwegs ist, wie ich zum Beispiel mit Anton, dann packen wir gemeinsam beide den McRib an, vorher beurteilen wir ihn immer, ob er sich in einem guten Zustand befindet, also guter Zustand ist, äh, der beste, optimalste Zustand ist der, wenn man ihn anfassen kann, ohne dass man dreckig wird, weil es ist praktisch unmöglich, einen McRib zu essen, ohne dass man dreckig wird, deswegen gibt es auch immer diese Tücher dazu, wisst ihr, wenn ihr schon mal einen McRib gegessen habt, dann gibt es, wisst ihr das, ja, dann ist unser Ritual immer, dass wir anstoßen, so wie wenn wir, keine Ahnung, einen erfolgreichen Tag hatten und somit ein Bier zusammen anstoßen oder mit einem Glas anstoßen und dann fressen wir, richtig geil. Schön auffressen, schön auffressen, denn es ist ja leer, wir gucken uns beide traurig an, manchmal holen wir uns noch einen zweiten, im Regelfall holen wir uns keinen zweiten, weil wir dann doch wissen, Scheiße, Mann, wir haben hier gerade irgendwie 1000 Kilokalorien zu uns genommen und jetzt sind wir schon wieder über unsere Stränge geschlagen, ist ja auch egal, dann essen wir noch ein, zwei Pommes, dann saugt man noch ein bisschen an diesen Cola-Konzentrat und dann fängt es an. Dann fängt es an. Man spürt ein Grummeln im Bauch und das ist nicht dieses, und das ist nicht dieses Grummeln von, ey, ich muss langsam kacken, so wie man es einmal bei einem normalen Verdauungssystem tut am Tag. So schön fest kacken, ganz normal, alles kein Problem. Nein, es ist dieses widerliche, ja, Mann, ich krieg fucking motherfucking Durchfallgefühl, dieses richtig, oh, es tut richtig weh, ich muss jetzt sofort loslassen, weißt du? So, man will den Schließmuskel loslassen, obwohl man noch irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Hm? Dann geh ich auf die Toilette, ey, kein Witz, Alter, ich geh auf die Toilette, fang richtig an schön zu kacken, die Situation war gut gewesen, es war eine Öffentlichkeit, es ist halt wie, wie man es halt kennt, da hat jeder die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen, der McDonalds war pralle gefüllt, wirklich überall waren Leute, alle haben sich laut unterhalten, diese ganzen Penner, ich wollte einfach nur meinen McRib fressen, dann kacke ich richtig schön laut, fühle mich richtig wohl dabei, weil ich einfach wusste, es ist kein anderer da, keiner konnte meinen Kacken hören. Gucke ich so nach rechts und denke mir so, oh nein, Alter. Ich habe hier ein überteuertes McRib-Menü bestellt, für sieben Euro, das ist ja nicht mal ansatzweise das, was man für sieben Euro bekommen könnte. Wenn ihr überlegt, was ihr an Lebensmitteln bekommt für sieben Euro, Junge, da kann man eine Woche von leben, wenn man es klug angeht, wisst ihr? Gehe ich auf dieses scheiß Klo, denke ich mir so, ja, so schön qualitatives Geruchstoilettenpapier, achtlagig, halt dein Maul, Alter. Ist da dieses einlagige Dreckstoilettenpapier, wisst ihr, was ich meine? Ich nehme dieses Toilettenpapier ab, mache das sogar schon so zweimal rum, so wie ich es mache, ich mache das bei den Toilettenpapieren auch immer. Aber ich habe, ungelungen, das ist das ekligste Gefühl bei Durchfall, wenn man dann auf einmal das Gefühl hat, dass man das, was halt beim Durchfall raufkommt, man an der Hand hat. Das will ich nicht, ich finde das übereklig. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen, dass man Kacke eklig findet an der Hand, weil da gehört die nicht hin. Für alle Leute, die denken, das ist nicht so, Kacke gehört nicht an den Händen. Und dann mache ich das selbst bei denen. Und ich muss euch sagen, ich benutze sehr qualitativ hochwertiges Toilettenpapier, selbst bei dem mache ich es so. Und das war halt eine Angewohnheit gewesen. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen verschwenderig, weil man sich danach eh die Hände wäscht, aber dann habe ich es da auch gemacht aus Gewohnheit. Ich fange so an abzuwischen, habe eh meine Probleme, weil ich fett bin. Real talk, Alter, wenn man fett ist und sich dann den Hintern abwischen muss, das ist einfach übertrieben nervig. Weil man so, so wie beim Schnür, beim Schuhe zumachen. Wisst ihr, man geht so mit dem Bauch runter und kriegt keine Luft mehr, weil man kaum an die Schuhe rankommt. Und dann muss man immer die ganze Luft rauspressen und dann muss man das möglichst innerhalb von 15 Sekunden schaffen, weil sonst hat man keine Luft mehr. Und dann muss man wieder hoch. Und dann denken alle, was ist das für ein Spaß, Alter. Kriegt hier beim Schnür, Schuhe zu Schnüren keine Luft mehr oder was? Ja, ist halt so. Die Lunge wird komplett abgedrückt durch den 1,22 Meter Wanst. Dann fange ich an abzuwischen. Bam! Kompletter Durchbruch. Ich spiele mir praktisch am Arschloch rum. Und ich denke mir, wollt ihr mich eigentlich verarschen? McDonalds. Eine Lokalität. Jeder, es gibt kein McDonalds, das pleite geht. McDonalds ist geil. Es ist einfach so. Gut, über die Qualität können wir uns streiten. Ist doch scheißegal. Aber verdammt nochmal. Wenn, 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 in Kundentoilette kann man doch erwarten, dass dort Papier ist, was solche, so eine Qualität hat. Und nicht Papier, wo du so eine Lampe hältst und durchgucken kannst, als ob das ein Spiegel wäre. Einlagiges Toilettenpapier. So was erwarte ich vielleicht beim Arbeitsamt oder irgendwo beim Bürgeramt oder sowas. Da ist es mir egal, da erwarte ich es. Weil da, da bezahlt man ja auch nichts. Da kriegt man ja Geld im Fall vom Jobcenter zum Beispiel. Aber bei McDonalds, wo man als Kunde viel Geld ausgibt, um normale Qualität zu bekommen, erwarte ich doch, dass sie mal 50 Cent mehr investieren, um solche Rollen, um hier so ein Klopapier anzubieten. Und nicht das Klopapier, womit man sich praktisch gezwungenermaßen schon mal im Arschloch umspielt, wenn man Durchfall hat. Oder generell. Das ist kein Toilettenpapier, womit man, das ist kein Toilettenpapier, womit man, äh, Hand, womit man umgehen kann. Das geht mir auf den Sack und ich will das auch nicht mehr. Und ich wollte das jetzt hier einfach mal geäußert haben, weil das ist, äh, das sind Zustände, die mir einfach auf den Sack gehen, als langjähriger McDonalds-Kunde. Junge, wie viel, äh, wie viel Einkommen ich euch einfach eingebracht habe. Ich bestehe zu 80% aus MacRib. Ich fress nichts anderes. Jeden Abend fass zu McDonalds. Was ist der Dank dafür, wenn ich kacken gehe bei euch? Erstmal sind die Toiletten meistens dreckig und dann, dann kriege ich hier einlagiges Toilettenpapier. Könnt ihr euch vor, ich weiß nicht, ob ihr euch bödlich vorstellen könnt, was einlagiges Toilettenpapier ist. Das ist einlagiges Toilettenpapier. Seht ihr das? Man kommt hier, ihr müsst es euch bödlich so vorstellen. Du kommst am Arsch an. Auf einmal hast du den Daumen am Arsch. Und das geht einfach überhaupt nicht. Und das sind so Dinge, die mir auf den Sack gehen. Ich weiß. Das ist, das ist, das ist kleinlich. Aber es ist doch trotzdem eklig. So, dann stehe ich auf, merke, das ist übertrieben eklig. Weil, drücke ich an diesen Seifenspender, kommt da kaum was raus. Ich drücke da hundertmal rauf, habe ich einen Klecks drauf. Wisst ihr, wie eklig ich mich gefühlt habe? Am Ende hat es nicht nach Kacke gerochen, aber trotzdem ist es ein ekelhaftes Gefühl. Und noch viel schlimmer ist es, dass sie das nicht mal hinbekommen, in eine ordentliche Papiertüche hinzumachen. Nein, man kriegt immer diese unhygienischen Föhne, wo man, wo man sich so abdrucknen muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir, wo ist denn das Papier? Einfach schön ein Papier nehmen, schön schnell abtrocknen und fertig. Nein, du musst dich ja wie so ein Vollidiot neben das Waschbecken stellen und dann die ganze Zeit in diesen Föhn rein. Und dann fühlt sich das richtig eklig an. Weil diese Luft ist eklig. Das ist unhygienisch. Dann kommst du da einmal an das Ding ran, ist deine ganze Hand wieder verpestet. Dann kannst du auch mit einer vollgekackten Hand draußen rumlaufen. So vom bakteriellen Zustand natürlich, nicht vom äußerlichen Anschein. Gut, Leute, das wollte ich noch einmal erwähnt haben, das geht mir über auf den Sack. So, wie gesagt, bei Ämtern oder sowas kann ich das verstehen, aber nicht bei einer Fastfoodcase. Bei einer Fastfoodkette, die so immense Gewinne einspielt durch ihre Produkte. Ja? Ist ja nicht so, dass ihr hier plus minus null seid. Ganz ehrlich, mal 20 Cent oder nicht mal 10 Cent pro Rolle mehr. Ich meine, ist ja nicht so, dass da irgendwelche Leute herkommen und die ganze Rolle abdrehen. Es kommen ja nicht irgendwelche Leute und klauen euch die ganze Klorolle. Wenn das wenigstens zwei- oder dreilagig wäre, aber nicht diese einlagige Kacke, Alter. Ich bringe mein eigenes Toilettenpapier mit, wenn ich irgendwo öffentlich aufs Klo kacken gehe. Also, das geht einfach überhaupt nicht. Das wollte ich einfach noch mal losgeworden sein jetzt hier. Wallace wusste auch schon Bescheid. Das hat mich gestern echt aufgeregt, diese Scheiße. Sofort ein Finger am Arschloch. Was soll denn das? Welchen dann leben wir denn hier? Ich weiß, Deutschland. Braucht ihr mir jetzt unten nicht reinschreiben? Ich weiß. Das sind Kleinigkeiten. Es gibt viel schlimmere Dinge im Leben. Aber das ist ein Punkt, der mich aufregt. Und das soll es auch geben. Weil sonst gibt es keine Veränderung in diesem Bereich, wenn sich niemand darüber aufregt. Na gut, Leute. Ich habe jetzt euch neun Minuten hier voll gelabert. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Vielleicht können wir ja gemeinsam irgendwie eine Bewegung starten. Eine Bürgerinitiative. Und vielleicht haben wir dann irgendwann mal auch zwei- oder dreilagiges Toilettenpapier bei McDonalds. Alles klar, Leute. Ich liebe euch. Dankeschön für den Support. Und bis zum nächsten Video. Ciao.